Herzlich willkommen zu eurem wetter.net. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu eurer Special Edition St. Martin. Und wie wird das Wetter heute Abend? Naja, Mantelteilen sollte schon Sinn machen. Es wird kalt und es wird zum Teil auch ziemlich feucht. Wir erwarten einen ganz typischen Novemberabend. Es gibt wolkenarme Regionen, vor allem hier im Osten und im Süden. Da sind die Temperaturen etwas frischer, zwischen 2 und 1 Grad und dann gibt es etwas wolkenreiche Regionen hier, der ganze Westen. Und diese Wolken sind auch reichhaltiger, die bringen nämlich in höheren Lagen auch Schnee mit. Außerdem gibt es überregional Bodenfrost und das sollten sich die Leute in Erinnerung rufen, die nicht nur St. Martins mäßig unterwegs sind, sondern die auch heute die fünfte Jahreszeit begrüßen und feiertechnisch unterwegs sind. Und der Heimweg wird auf jeden Fall glatt werden. Und wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Wir sehen, am Dienstag rechnen wir immer noch mit Schneeregen in der Mitte des Landes. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen differieren zwischen 2 und 8 Grad. Und Mittwoch und Donnerstag erwarten wir ganz typisches Novemberwetter, auch wiederum mit Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Ja, das sind auch schon wieder eure Aussichten, eure Wetteraussichten von eurem wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen zu liken und nicht vergessen, unseren YouTube-Kanal Wetternetz zu abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, einen wunderbaren Abend, bis ganz, ganz bald.